Werbung. Regionale Sportpodcasts, True Crime und Reportagen. Tauch ein in unsere Audiowelt. Schau einfach vorbei unter noz.de slash audiothek. Das Pendler-Dilemma. Alltagsrealität versus Klimaziele im Selbstversuch. Eine Audioserie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Moin Moin und herzlich willkommen zur zehnten und damit letzten Folge unseres Pendler-Selbsttests. Mein Name ist Bastian Rabeneck vom Audio-Team der NOZ. In den vergangenen Wochen haben meine Kolleginnen und Kollegen unter dem Titel Das Pendler-Dilemma unterschiedlichste Verkehrsmittel und Routen für ihren Arbeitsweg ausprobiert. Die Ergebnisse haben Sie hier auf der Audiospur, aber auch ausführlich online auf noz.de oder in der gedruckten Zeitung mit euch geteilt. Bevor ich meinen Kollegen Frank Wiebrock mit seinem Pendler-Experiment losradeln lasse, noch der Hinweis, wir haben so viele Kommentare und Mails von euch erhalten, wir werden auf jeden Fall in eine zweite Staffel gehen. Und zwar mit euren persönlichen Pendler-Erfahrungen in der Region Osnabrück. Ab dem 21. Mai gibt es diese neuen Audio-Reportagen mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt aber erstmal zu meinem Kollegen Frank nach Westerkappeln. Ich bin Frank und ich teste heute, wie man mit Fahrrad und Schnellbus von Westerkappeln nach Osnabrück kommt. Los geht's! Die ersten gut fünf Kilometer geht es vorbei an Feldern, Wiesen und Wäldern zur Haltestelle Friedhof in Westerkappeln. Wenn man in der westfälischen Provinz wie in Westerkappeln wohnt, gehört das Auto irgendwie dazu. Zum Einkaufen, als Elterntaxi und natürlich für den Weg zur Arbeit. Für Frank geht es eigentlich nicht ohne. Für den Weg in die Redaktion nach Osnabrück sei der Blick in die Navigator-App der Deutschen Bahn ziemlich ernüchternd gewesen. Möchte man den Weg ausschließlich mit dem Bus bewältigen, sind etliche Umstiege vorprogrammiert. Für Frank kam also nur eine Kombination aus Rad und Bus in Frage. In Westerkappeln herrschen allerdings weniger paradiesische Zustände für Radfahrer. Laut Frank rumpelt man entweder über die gepflasterten Bürgersteige oder teilt sich die Straße mit Pkw und Sattelzügen. Trotzdem. Tja, wer früh losfährt, ist auch früh da. Die erste Etappe hat soweit gut geklappt. Jetzt warte ich auf dem Schnellbus und hoffe, dass er pünktlich kommt. Und siehe da, da kommt er auch schon. Angekommen in der Stadt wird der Unterschied zwischen den regulären Stadtbussen und dem Schnellbus deutlich. Haltestellen in der Stadt fährt der Schnellbus auf dem Weg ins Zentrum nur an, wenn jemand wirklich aussteigen möchte. Und die meisten Fahrgäste wollen in diesem Fall entweder zum Campus Westerberg, in die Innenstadt oder zur Endstation am Hauptbahnhof. Nach 26 Minuten und knapp 14 Kilometern erreicht Frank sein nächstes Zwischenziel. Die letzten Meter. Von der Haltestelle Kamppromenade geht es zu Fuß zur Redaktion. Nach einem langen Tag in der Redaktion geht es auf gleichem Wege wieder zurück nach Westerkappeln. Kurzer Fußweg zur Haltestelle an der Kamppromenade, Busfahrt und das letzte Stück nach Hause mit dem Rad. 75 Minuten dauert ein Weg auf diese Weise. Für Frank rund 20 Minuten länger als mit dem Auto. Und laut ihm noch die zusätzliche Herausforderung, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich bei Wind und Wetter aufs Fahrrad zu schwingen. Hier kommt sein Fazit. So, da bin ich wieder. Es ist halb 8 Uhr. Ich bin ein bisschen spät dran, weil mir ein Schnellbus vor der Nase weggefahren ist. Trotzdem Zeit für ein Fazit. Für mich ist die Kombination aus Radfahren, Busfahren und anschließend ein kurzer Fußweg weder Fisch noch Fleisch. Das liegt nicht an den Schnellbussen. Die sind tatsächlich schnell, sie sind pünktlich, sie sind gut ausgestattet. Das Problem ist, wenn man schon auf dem Rad sitzt, dann kann man auch gleich durchziehen und wäre in der gleichen Zeit in Osnabrück. Und genau das ist dann langfristig auch der Plan. Ausführliche Berichte unserer Redakteure und Redakteurinnen mit vielen hilfreichen Infos findest du natürlich auf noz.de slash pendlerdilemma sowie in der gedruckten Zeitung oder auf unseren Social Media Kanälen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017